Asakusa versetzt den Besucher mit seinen traditionellen Kunsthandwerksläden und Imbissbuden in der Nakamise Street zurück in ein Tokio vergangener Zeiten. Die weithin sichtbaren Gebäude von Asai Beer fallen durch ihre besondere bauliche Gestaltung auf. Die auf dem schwarzen Gebäude liegende goldene Flamme ist 300 Tonnen schwer. Das hilft, es heilt die göttliche Kraft!